Hallo liebe Leute und wir versuchen ein weiteres Mal die Dog-Bot-Stages von Rockman3Alpha Und diesmal bin ich besser vorbereitet als letztes Mal Jep, ihr werdet nachher sehen warum Und wir fangen mit der Needleman Special Stage an oder Hardman-Stage eigentlich Also Hardman-Designed aber eigentlich Needleman Ok und wir starten durch, juhu Los geht's Nur mach ich euch das Leben zur Hölle Und gleich kommt der Abschnitt wo ich schon Rush-Marine... Oh toll Ja ganz toll Wo ich Rush-Marine gleich einsetzen darf Wow Ich bin gleich tot Mit dem bisschen Energie was ich hab lohnt sich das eigentlich fast gar nicht, sich hier noch zu bemühen Und einen Energietrank will ich eigentlich noch nicht verschwenden Ich hoffe ihr nehmt mir das jetzt nicht übel Ich brauch mehr Energie, wenn ich das Level schaffen will Ah super Ok, ah tschakke Ah jejei Die Dinger sind echt schon nervig Vor allen Dingen weil die ja auch so viel rumhüpfen So, kommst du? Kommst du? Kommst du? Na? Na? Da? Ok Geht doch So So sieht das ganze doch wesentlich besser aus Pfff Ok, dann versuchen wir das ganze jetzt mal mit Rush-Marine Und versuchen hier durchzuschwimmen Einfach durchschwimmen, einfach durchschwimmen, einfach durchschwimmen, kein Rücksicht auf Verluste Ok Ok Noch geht's Rush Marie nackt sich nur bei dem Ende zu Und Ok Ok, geschafft So, hoch da So Jetzt kommen wir an der Geschick- Der Geschicklichkeitspart hier Mit den Stacheln Juhu Wie ich sowas doch liebe Äh, ich muss nur den richtigen Moment anpassen Ach so nicht Moment Ok, hops Hops Und hops So, geht doch Es geht doch Man muss nur wissen In welchen Momenten man springen sollte Ach du Scheiße Ok 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 Puh, hier muss man nur die Ruhe bewahren So, MeTool Energie habe ich noch Feuer, also brauche ich das Ding da oben nicht Noch so einer So Ha, triss mich nicht Äh, wiss Moment Halt, stopp Äh, das ist bescheuert Ah, noch so einer Nein Och Wie soll ich das denn machen? Ich Ach, scheiße Das kann ich sowieso ja vergessen Ohne Mushroom Ach Rush Marine schaffe ich das wahrscheinlich eh nicht Ach, Mensch Scheißding Ja Dann versuche ich doch erstmal die andere Stage, die ich machen wollte Danach komme ich nochmal dahin zurück Ok Versuchen wir was hiermit Mit der Shadow Man Snake Man Stage Puh Hoffentlich schaffe ich die wesentlich besser Ich meine ich bin hier ja schon bei dem Dogbot angekommen Aber Bin ja bei ihm gescheitert Ach, scheiße Rush Jet ist hier gefragt Äh, dafür habe ich hier Das Problem Hoppsa Ah Dumme Schlange So, hops Hops Aber Gott sei Dank klappt dieser Trick hier Äh, ja, ja, ja Rush Jet habe ich noch Gut Ja Solange man Auf Rush Jet springt Äh, verliert man auf jeden Fall Weniger Rush Jet Ähm Batterie Sag ich jetzt einfach mal Ach du Scheiße Ok, der war dumm Ach komm Dummer Igel Äh Eih Shit Ah, jeje Die Gegner ziehen einfach zu viel Energie ab Irgendwie Moment Das muss ich wieder anders machen So, runter da Ok, Rush Du bist an der Reihe Und, hoppsi Ok So, vorsichtig, vorsichtig Und fallen lassen Gut Was kam hier nochmal Ach ja, hier kam dieser Schlangenköpfer Jetzt habe ich den Abschnitt geschafft War, wie war das nochmal Ach ne, jetzt Ach du Scheiße Nochmal Rush Jet Oh Gott Oh Gott Ah Oben, links, rechts, unten Keine Ahnung So, hops Einfach den Sprung-Trick benutzen Ich brauche Rush Jet eventuell noch Wer weiß wofür Für andere Stages höchstwahrscheinlich Aber Ich glaube, sobald ich die Stage geschafft habe Ist Rush Jet Sowieso wieder In seiner Ursprungs-Form Autsch, ja Ok, das Das war blöd Ach Mensch, scheiß drauf So Ach shit Da komme ich nicht heile durch Na ganz toll Moment, wir kommen da nochmal Crashman Äh Zwei Leben Nein Nein, 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 nein Moment, klappt das? Was ich jetzt vorhabe Ich probier's mal Nein, es klappt nicht Ich wollt's versuchen Ja, dafür habe ich jetzt die Strafe und die da auf die ganze Stage nochmal machen Ich muss wenigstens bis zu Crashman kommen Das will ich jetzt wenigstens schaffen Naja, mir fällt grad's ein, ich bin ja nur kurz vor dem Dog-Bot gewesen Ach du Scheiße Ok, da hättest du jetzt mal was fallen lassen können Also wirklich Dumme Schlange Was ist das jetzt für ein Glitch? Die schießen nach oben, obwohl ich runtergefallen bin Interessant So, jetzt So, jetzt Ok Scheiße, Rush-Set ist bald alle Na toll, ich hab ein Problem Ich brauch Ah, gib mir Energie, gib mir Ach, scheiße Ok, das kann ich vergessen Oder Ui, komm schon Oh Gott Ja, toll Wenn ich jetzt keine Waffenenergie oder sowas kriege, dann kann ich's wirklich vergessen Aber bisher sieht's schlecht aus Ja, hier ist dieser Nadel Igel Der meint, er müsste den Nadeln auf mich abfeuern So, weg mit dir Äh, genau, hier Genau, hier kann ich das noch aufladen Das mach ich auch Und ich geh schnell weg Ich hab keinen Bock auf diesen Igel Ach du Scheiße Ne, okay Ah, scheiße Ok, der Plan ist schonmal gescheitert Äh, hm Tch, 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 tch Sheet Ich will aber entweder diese oder diese machen Weil da hab ich mir grad die Schwächen für die Dinger aufgeschrieben Ich versuch's nochmal bei Needleman Da muss ich immerhin kein Rush-Jet einsetzen Aber dafür hab ich dann diese Geschicklichkeitspassage Oh, mit diesen Me-Tools Ah, so Kommt her Jetzt will ich's auf jeden Fall schaffen Jetzt will ich's wissen Komm her, komm her, komm her Gut, so Das Spiel kann so frustrierend sein Also wirklich Es ist nichts für schwache Nerven Das könnt ihr mir glauben Also, ich hab eigentlich gedacht Wo ich wirklich Bis zur Hardman Lockhart durchkam Dass mir nichts gefährliches mehr passieren kann Aber dass diese Stages Ach, leck mich So heftig sind Hätt ich echt nicht gedacht Das könnt ihr mir glauben So, komm, 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 komm Ach, nee Ich probier's lieber nicht den abzuschießen Das kommt nicht gut Hat noch ein bisschen durch, hat noch ein bisschen durch So, und jetzt hoch da Okay Jetzt wird wieder gehüpft, gehüpft Gesprung, gehüpft und hoch da So Das hätten wir Jetzt kommt dieser Part Toll, jetzt muss ich auf diese Mini-Plattform warten Und hoch da Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig Nur die Ruhe bewahren Wir haben Zeit Und da ist Energie, die hol ich mir Diesmal Diesmal brauche ich sie auch Schade, dass man da mit Rushmarine nicht auffüllen kann Das sollte ich bald machen, soweit ich So ein Waffen Aufladeteil finde So Okay Okay Weg mit dir, okay, wir brauchen nur einen Treffer Yes Reicht der Sprung? Ah, ja, okay, okay Na, da ist noch eine Kanone, ihr wollt mich doch verarschen Ach du Scheiße Weg mit, nein, 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 verbiss dich, verbiss dich Oh Gott Na, noch so eine Kanone Ach, ich hab gleich keine Energie mehr Ah, ist das toll Okay Ah, ihr wollt mich verarschen Ihr wollt mich verdammt nochmal verarschen Ah, ich hab's raus, okay Ich hab's raus, yes, okay Die Kanone kann mich mal So